Guten Abend, meine Damen und Herren. Ein Kollege von einer großen Tageszeitung hat mich gestern angerufen, das kommt häufig hervor am Freitag, und hat mich gefragt, was wir denn so heute im aktuellen Sportstudio alles zu bieten haben. Dann habe ich ihm gesagt, natürlich Fußball, und zwar ausgehend vom Fußball-Länderspiel Bundesrepublik Deutschland gegen Griechenland, eine Nachbetrachtung und eine Analyse der einen oder anderen Spielsituation, dann vom Springreiten einen Bericht vom internationalen Reitturnier in London, vom Turnen einen Beitrag über den Länderkampf der Damen in Illertissen, Deutschland gegen Rumänien, und einen Bericht aus der Volleyball-Bundesliga haben wir auch, München gegen Münster, und schließlich Studiogäste. Der eine wird zum Thema Fußball was zu sagen haben, und der andere, so war unsere Hoffnung gestern Nachmittag, so ist sie auch in diesem Augenblick noch, der andere wird der Meister aller Klassen, der größte Boxer aller Zeiten möglicherweise, Mohammed Ali alias Cassius Clay, habe ich dem Mann am Telefon gesagt. Da sagt er, was denn? Alle beide? Nun, alle beide werden Sie sehen heute Abend, Mohammed Ali, wenn er nicht schon da ist, dann muss er jeden Augenblick kommen. Dann, da kommt er, da kommt zunächst einmal sein Vorreiter, das ist mein Kollege Helmut Benz, der sagt, Danke. 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 Ich bin sicher, es war nicht einfach, du hattest einen langen Tag hinter dir. Ich würde sagen, dass mir jede Menge Fans verbracht habe, bis jetzt Spaß gemacht hat und ich freue mich auch, dass so viele meiner Fans gekommen sind. Und wird jedes Wort von dem, was Mohammed Ali uns zu sagen hat und auch meine Fragen simultan übersetzen. Ich hoffe, dass auch die Damen und Herren hier im Studio das mitbekommen werden. Noch zwei kurze Vorbemerkungen. Das holländische Fernsehen, nämlich die Avro, hat am Samstag haben ebenfalls ein Sportmagazin, das so ähnlich ist wie dieses hier. Es heißt Sportpanorama. Der Moderator in Holland ist Rudi Terweyden. Er müsste eigentlich auch Mohammed bekannt sein, denn er hat ein Porträt über ihn angefertigt, das dann bei den Fünferspielen in Oberhausen war es wohl einen Preis bekommen hat. Er hat auch einen ganzen Tag in seinem Hause verbracht. Und Rudi Terweyden wird sich im Verlauf dieses Gesprächs sicherlich melden, um dann auch die eine oder andere Frage aus holländischer Sicht an den Mann zu bringen. Und Helmut Bent muss ich Ihnen nicht vorstellen, den kennen Sie schon. Helmut Bent ist seit Donnerstag Mittag, kann man sagen, ununterbrochen, Nachtstunden eingeschlossen, entweder bei Mohammed oder in unmittelbarer Nähe von Mohammed. Er ist nach Chicago geflogen, hat ihn abgeholt und ihm verdanken wir es dann auch, dass das mit dem Besuch bisher geklappt hat. Und ihm verdankt Mohammed wiederum, dass er 700 Mark gespart. Er ist nämlich heute Morgen mit seiner Gattin und ihrer Gattin zum Einkaufen gegangen. Es gab einen Mantel, der kostete 1200 Mark. Und nach einigem Zureden hat es Helmut Bent hat fertiggebracht, dass der für 500 Mark aus dem Laden gegangen ist. Hoffentlich gefällt er Ihrer Frau. Er gefällt. Er gefällt. Er gefällt. Ich darf bei dieser Gelegenheit, es ist auch kein Geheimnis, dass ich Mohammed Ali nun sehr gut kenne. Wir, seit neun Jahren, wir gehen jetzt ins zehnte Jahr unserer Freundschaft. Und ich möchte mich bei diesem Interview, bei diesem Gespräch etwas sehr zurückhalten, weil ich der Meinung bin, dass ich schon einige Fragen gestellt habe und vielleicht doch nicht ganz vorurteilslos hier neben ihm sitze, was den Hauptpart also Harjo Friedrichs übernimmt. Das wird zur Erklärung. Der Anlass des Besuches... Sorry, what would you say? What was he saying about me? Was hat er jetzt gerade über mich gesagt? Ja, er hat gesagt, I don't know whether he wanted to be pale or not, but he did say... I don't understand. Is he talking good or is he talking bad? Was that good or was that bad? Well, that was good, good applause. I think you get nothing but good applause in this country. He's too small to give me trouble. Well, I mean, he has a very profound philosophy. Er hat aber nur sehr gute Gedanken. Er spricht nur gut über sie. Wenn Sie bei ihm sind, sagt er nur Gutes über sie. Er hat sich sicher sehr viel Mühe gegeben, mich hierher zu bringen. Er hat sich sogar so viel Mühe gegeben, dass er direkt nach Chicago geflogen ist, um mich zu treffen. Und dann ist er den ganzen Weg mit mir zurückgekommen, ohne zu schlafen. Und ich möchte wissen, ob der nun verrückt ist oder nicht. Er ist schon verrückt, aber er kriegt auch Geld dafür. Oh, then if he's well paid, he is not as dumb as he looks. Dann ist er zumindest nicht so dumm, wie er aussehen. Now it's enough, Mohammed Ali, your cash is clear. Now it's enough. 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 You tell me it's enough for me. Sie sagen mir, ob's reicht. So, Mohammed Ali, stop this for a while. Also bitte auch. Let's talk about your book. The reason why you came to Germany, on what is, I think, your second trip, is this book. Der Grund, aus dem Sie nach Deutschland gekommen sind, ist dieses Buch, wie das kurzer Zeit in Amerika erscheinen wird und im nächsten Jahr in Deutschland. Sie sind jetzt erst 33, ist das nicht ein etwas frühes, Alter, um die eigene Geschichte, die eigene Lebensgeschichte zu schreiben? Nun, ich habe in meinem Alter schon so viel erreicht und ich habe so viel zu sagen. In weiteren drei Jahren kann ich dann den Rest meiner Lebensgeschichte schreiben. Und will it then be a sort of a 15-Round-Bout in the end? Wäre das jetzt noch eine 15-Runden-Kampf, oder? Could you repeat that? Well, will the writing of this book, was this round one of the 15-Round-Bout? I know, I would say this would be about round five. Hm, etwa Runde fünf. Obviously, you're getting paid for it. Sie bekommen offensichtlich Geld dafür, Sie werden bezahlt, und zwar nicht schlecht, aber ich habe meine Zweifel, ob man Ihnen so viel Geld für das Schreiben dieses Buches gibt wie für einen Boxkampf. Da ist doch mehr Geld mit Boxen zu machen, warum schreiben Sie dann ein Buch? Schön, ich verdiene mehr Geld mit Boxen, aber ich schreibe das ja nicht nur wegen des Geldes. Ich habe gewisse Dinge, über die ich sprechen möchte, und es gibt immer noch Menschen, die nicht alles über mich wissen oder nicht richtig wissen, und viele Bücher sind über mich geschrieben worden. Etwa sechs werden jetzt verkauft. Und ich hatte nichts mit dem Schreiben dieser Bücher zu tun. Aber das ist jetzt meine wahre Geschichte. Das ist das erste Buch von Ihnen, aber haben Sie die anderen Bücher, die über Sie geschrieben waren, sind gelesen? Oh, eine oder zwei Seiten. Haben Sie Ihr eigenes Buch gelesen? Es ist noch gar nicht veröffentlicht. Warum stellt er so blöde Fragen? Ich muss mich nachher mal mit ihm unterhalten. Wir stehen jetzt der Folge gegenüber, was machen wir jetzt mit diesen Leuten, die dein Buch nicht kaufen wollen. Wenn sie das Buch nicht kaufen, dann können sie es sich vermutlich nicht leisten. Wird das dann noch in Paperback rauskommen? Ja. Aber ich kann vorhersagen, dass das das größte Buch aller Zeiten wird. Die Bibel natürlich ausgeschlossen und den Koran auch. Also, der dritte auf der Bestsellerliste aller Zeiten ist nicht schlecht, oder? Er tauchte in meinem Buch auf. Ich habe eine oder zwei Geschichten über ihn erzählt. Aha. Also, deswegen. Fällt er so üppig auf in letzter Zeit. Ja. Let's have a word about the latest and the last fight. Sprechen wir jetzt über Ihren neuesten Kampf. Darf ich Ihnen herzlich dafür danken. für die Leistung, die Sie dort erbracht haben. Darf ich Ihnen meine Glückwünsche zum Erhalten Ihres Titels aussprechen. Das war nichts. Das war leicht. Are you sure? It was nothing. I was afraid because he was so ugly. Ich hatte Angst, denn er ist so hässlich. Das ist das erste Mal, dass Sie mir sagen, Sie hatten Angst. Also, hätten Sie Angst, wenn ein Gorilla aus Sie losgeht? Das ist die 14. Runde. Die beste und letzte. Er ist irgendwie das Benzin ausgegangen. Er hat sein ganzes Benzin wohl während der Energiekrise verbraucht. Der Kampf beweist allen, die jetzt noch Zweifel hatten, dass ich der wahre Weltmeister bin. Der Ende der Runde und das Ende des Kampfes. Das ist eine ziemlich bemerkenswerte Szene. Sie saßen auf Ihrem kleinen Höcker. Noch nicht. Komm später. Irgendjemand hat Fraser gesagt, dass der Korn geschlagen hatte und er sagte, Meine Mutter hat doch keinen Irren aufgezogen. Ich bleibe hier sitzen, wo ich sitze. Wenn ich die Kamera sehe, oh, das ist so schön. Schauen Sie sich mal an. Bin ich schön? Würden Sie sich auch mal sehen, wenn Sie neun Jahre alt waren? Wir haben das auch. Können Sie sich auch mal sehen? Ja, wir werden das auch. Können wir das nochmal erfahren? Das war 1966. Das war 1966. Das war 1966. Ist das Sie? Nein, das ist nicht ich. Sind das Sie? Nein, das ist nicht ich. Wenn Sie diesen Kampf verlieren, werden Sie den Boxen verletzen. Ist das wahr? Ich habe nicht gesagt, wenn ich verletze. Ich habe nicht gesagt, wenn ich verletze. Wenn, sobald ich diesen Kampf verliere, sondern wenn. Anyman. Ja. Nicht, wenn ich verletze. Ich erwarte nicht, dass ich verletze. Er macht da sehr feine Unterschiede. Er sagt, er habe nicht erklärt, falls er verliere, dann würde er, sondern wenn er verliere. Feine Unterschiede im Englisch zwischen wenn und if. Und er sagte, er habe das nicht nur auf Mildenberger bezogen, sondern auf jeden anderen Kämpfer, der ihm in Zukunft gegenüber stehen wird. Sie haben sich nicht sehr verändert. Was ist denn mit dem passiert, der mich da interviewt hat? Er ist nicht mehr bei uns. Aber er ist immer noch mein guter Freund, ein guter Journalist, aber er ist nicht mehr bei uns. Es tut mir leid, dass er nicht mehr da ist. Ja, Sie sehen etwas traurig aus. Aber ich komme mit Ihnen noch aus, bis er wieder kommt. Ich habe einen Dolmetscher mitgebracht, deswegen geht's. Wo ist der Dolmetscher? Ich kann ihn nicht sehen. Das können Sie nicht, das ist in einem anderen Raum. Wir müssen jetzt hier rausgehen und auf Treppe hochsteigen und es ist zu viel Arbeit. Das würde ich doch sagen, ja. At the end of that fight, you were sitting on your stool and there were all kinds of commotion around you and you didn't seem to take any notice of it. And you looked very sort of pencil. Viele, Sie haben offensichtlich nachgedacht, ziemlich tief. Wir haben das um halb vier Uhr morgens gesehen in diesem Kampf, also hier in Europa. Und ich möchte wissen, woran Sie da gedacht haben zu diesem Zeitpunkt. Erinnern Sie sich. Zu diesem Moment dachte ich, jetzt brauche ich erstmal eine Dusche, etwas Ruhe, etwas zu essen und dann mein Geld. Vielleicht ist es gefährlich, das zu sagen, ich sage es trotzdem, aber ich glaube Ihnen kein Wort. Das ist doch ein ziemlich übler Schimpfname für jeden, nicht nur für Frasier. Frasier, sagt man, arbeitet schwer, ist ein anständiger Mensch und er hat Ihnen sogar eine Art von Dienst geleistet, als man sie vom Boxen ausschloss. Ich weiß nicht, was, wegen dieses komischen Verfahrens, mit dem Sie was zu tun hatten. Während dieser Zeit hat er sich durchaus dafür eingesetzt, sie wieder in den Ordnung zu bekommen. Und ich dachte doch, dass das durchaus nett von ihm war, oder? Also darüber weiß ich überhaupt nichts. Ich weiß nicht darüber, dass er mich versucht hat, in den Ring zurückzubringen. Falls er das wollte, dann war das nur deswegen, weil ich der einzige Mensch bin, an dem er zwei Millionen verdienen kann. Aber wenn er gewusst hätte, wie sehr ich ihn herumschlage, dann hätte er das bleiben gelassen, dann hätte er mich nicht zurückgeworfen. Ist das klar? Natürlich, sehr klar. Ich stimme Ihnen zu, Frasier hat Sie damals gebraucht, denn Sie waren der beste Boxer. Und Sie waren damals nicht zu kriegen und er brauchte eben den besten Boxer, um eine gute Einnahme zu machen. Aber Sie haben ihn doch ziemlich kurz abfahren lassen. Aber wenn er mich im letzten Kampf geschlagen hätte, dann wäre alles, was ich über ihn gesagt habe, bedeutungslos geworden. Er wäre jetzt hier und ich wäre nicht hier. Hans-Jürgen, darf ich Muhammad Ali auf diese Sache auch etwas fragen? Ja, das ist unser, falls Sie sich wundern sollten, das ist Rudi Terweden aus Holland, der sich einschaltet in das Gespräch. Guten Abend, Entschuldigung, dass ich hier dazwischen komme. Aber, Muhammad, you forwarded your phrases three times now. Sie haben jetzt dreimal gegen die Frasier gekämpft, und Sie haben gerade gesagt, dass es für Frasier sehr wichtig war, Sie zurück in den Ring zu bekommen, wegen des vielen Geldes. Aber was hat es Ihnen genutzt, ihn so zu erniedrigen, wie Sie das in Manila vor diesem Kampf getan haben? Der Grund war geistig-religiöser Natur. Ich bin Muslim, Mohammedaner. Ich heiße nicht mehr Cassius Clay. Aber er besteht darauf, mich Clay zu nennen. Die ganze Welt erkennt mich jetzt als Mohammed-Ali an. Selbst die schlimmsten Weisen in Amerika, sie erkennen mich auch als Mohammed-Ali an. Selbst die Feinde der Mohammedaner erkennen mich als Mohammed-Ali. Aber er hat mich absichtlich fortlaufend Clay genannt. Und er hat gesagt, das würde er immer weiter tun. Und für ihn würde ich Clay bleiben. Und jedes Mal, wenn er über mich sprach, nannte er mich Clay. Wenn ich was darüber in den Zeitungen lese, steht auch Clay da. Also musste ich ihn erniedrigen und ihn bestrafen. Dafür, dass er meinen Namen nicht respektiert hat, meine Religion nicht respektiert hat. Und damit zusammen die 800 Millionen Musliminnen auf der Welt. Und wer ihn verteidigt und mich dafür kritisiert, dass ich ihn verachte, dass er mich Clay nannte. Das sind Hypokriten. Denn sie haben ihn ja nie dafür verurteilt, dass er mich Clay nannte. Das war also meine Arbeit, mich selbst zu verteidigen. Aber das haben Sie doch im Ring ganz gut erledigt. Ich glaube nicht, dass es in Ihrer Natur liegt, sich so zu verhalten, wie Sie das in meiner Liebe hatten und ihn mit Ihrem Mund zu erniedrigen. Er hat mich mit seinem Mund Clay genannt. Also muss ich ihn mit meinem Mund zurückzahlen. Und wenn das falsch ist, warum versucht dann nicht jemand mich dafür anzugreifen, mich dafür zu bestrafen? Wenn man meinen Namen nicht respektiert, dann respektiert man auch nicht Allah, Gott selbst. Denn Muhammad Ali sind zwei der Namen Gottes. Und wenn irgendjemand mir diesen Respekt verweigert, werde ich ihn auch im Ring und außerhalb. Würden Sie das Gefühl Frazier gegenüber als Hass bezeichnen, das Sie hatten? Nein, nein, kein Hass. Gott bestraft die Menschen. Fortlaufend. Aber Gott hasst die Menschen nicht. Man bestraft seine Kinder. Man schlägt seine Kinder. Aber Sie hassen doch Ihre Kinder nicht deswegen. Aber man haut ihnen eine runter, um ihnen etwas beizubringen. Damit sie aufhören, sie zu ärgern. Er war wie ein kleiner Junge, dem ich eine runterhauen musste. Und nach dem Kampf kam Frazier in meine Ecke und sagte, Muhammad Ali, Sie sind ein großer Kämpfer, das hätte ich gerne gehabt. Jetzt nennt er mich Muhammad Ali. Sie haben über Ihren Sohn gesprochen, Eben Muhammad. Ich war bei Ihnen zu Hause, als er seine ersten Schritte machte, vor seinem ersten Geburtstag. Und Sie haben gesagt, dass Ihr Sohn nie ein Boxer werden würde. Glauben Sie das immer noch? Selbst wenn er so viel Geld verdienen könnte dabei wie Sie? Dessen bin ich ganz sicher. Was wird er denn dann sein? Nach der Ausbildung, die ich ihm geben werde, wird er darüber gar nicht nachdenken können. Er soll sein Gehirn benutzen und nicht seine Fäuste. Außerdem könnte er auf keinen Fall so groß werden, wie ich es bin. Ich bin der Grosste. Kann das überhaupt einer? Ziemlich schwer. Darf ich nochmal auf die Bestrafung zurückkommen? War auch ein Element der Bestrafung im Kampf gegen Paterson enthalten? Und in dem Kampf gegen Foreman wollten Sie die auch bestrafen? Nein, nein, nicht Foreman. Foreman hat meine Religion und meinen Namen respektiert. Paterson tat das nicht. Paterson nannte mich auch Clay. Und er sprach sogar schlecht über die schwarzen Leute von Amerika, obwohl er selbst schwarz war. Und wir halten diese Leute für Verräter unserer Rasse. Ich bestrafe sie auf meine Art, denn die Art ist legal. Wenn ich sie aber auf nicht legale Art zu bestrafen versuchte, würde man mich gefangensetzen und vor Gericht bringen. Aber die Leute, denen das nicht gefällt, was ich tue, sind neidisch, ärgerlich. Sie sind neidisch, weil ich der Sieger bin und ich ihren Günstling geschlagen habe. Ich darf Ihnen eine grundlegende Frage stellen. Zweifelssohn, Sie sind der größte Boxer unserer Zeit, aber das werden Sie nicht immer sein. Ehrigen Panama, früher oder später, werden Sie mit Boxen aufhören. Was werden Sie dann machen? Ein muslimischer Priester. Unter den schwarzen in Amerika gibt es viele Probleme. Es gibt 40 Millionen schwarzen in Amerika, das ist eine ganze Menge Leute. Wir haben zum Beispiel Prostitutionsprobleme. Wir haben das Problem, dass die Leute sich gegenseitig umbringen. Wir haben das Problem, dass die Leute sich gegenseitig umbringen. Wir haben das Mangel an der Kenntnis seiner selbst. Wir haben das Mangel an der Kenntnis der Religion. In der Sklaverei hat man uns unseren Namen geraubt. Unsere Kultur. Wir haben keine Einheit. Diese Probleme müssen wir selbst alleine lösen. Und ich möchte meinen Ruhm dafür einsetzen. Die einzigen Menschen in Amerika, die für ihre Selbstachtung arbeiten, sind meine Leute. Achtung den Frauen gegenüber, Achtung den Männern gegenüber. Und die einzigen, die das machen, sind meine Leute, die Musliminnen. Unser Führer ist Wallace Mohamed. Der Sohn von Elijah Mohamed, der gerade diese Welt verlassen hat. Und ich möchte einer seiner Prediger sein, mit unseren Leuten zusammenarbeiten und unsere Probleme lösen. Und wie Sie wissen, bin ich dafür bekannt bei Ihnen und mehr noch bei mir zu Hause unter meinen Leuten, dass ich das tue. Ich werde also meine Zeit und meine Energie und meinen Ruhm dafür verwenden, meine Leute und andere Menschen gleich zu machen. Sie, Deutsche, haben ein Land. Die Italiener, die Inder, die Pakistani, die Ägypter. Jeder Mensch auf diesem Planeten hat ein Heimatland. Nur die amerikanischen Negros, nur die amerikanischen Neger, haben nichts, was sie ereignen können. Und dafür werde ich mich verraten. Wie ist das noch mit Ihrer Universität gegangen, die Sie damals mit Dr. Robert Pritchard gründen wollen? Wir arbeiten noch daran, aber wir haben technische Schwierigkeiten. Nach alledem wollen Sie sich nicht in die Politik verändern? Sie können doch nichts verändern, wenn Sie es nicht politisch verändern. Wann Sie in Amerika? Sicher. Wenn Sie etwas über die Mohammedaner wissen, dann wissen Sie auch, dass wir Muslims mehr tun als alle Politiker zusammengenommen. Unser Problem ist nicht politisch. Die Politik lehrt uns nicht unsere Geschichte. Die Politik lehrt uns nicht unsere Herkunft und unsere Namen. Deutsche haben deutsche Namen. Russen haben russische. Jede Rasse, jedes Volk hat ihren Namen und ihre eigenen Namen. Aber die Schwarzen wurden nach ihren Herren genannt. Sie haben keine eigenen Namen. Und aus der Politik lernen wir darüber nichts. Es ist schwierig, sowohl Gott als auch der Regierung zu dienen. Man kann doch die Regierung verändern. Das ist nicht meine Arbeit. Sie werden Ihre Zeit darauf verwenden. Ihr Geld auch. Das ist der Grund, warum ich so oft kämpfe. Mein Geld fließt die ganze Zeit in den Aufbau. Ich versuche jetzt in Chicago ein Krankenhaus zu bauen, Schulen zu bauen, in denen unsere Leute ihre Geschichte lernen können und ihre Sprache. Und ich habe auch den Bauernhof des berühmten amerikanischen Gangsters Al Capone gekauft. Und ich konvertiere diese Farmen in ein Jugendlager. Diese kleinen Dinge lösen nicht alle unsere Probleme. Aber sie helfen dabei. Sie helfen anderen zu denken. Mohammed Ali, vielen Dank. Mohammed Ali, vielen Dank. Vielen Dank, Mohammed Ali. Ich möchte noch eine Frage stellen. Mohammed, Sie selbst sind sehr ruhig. Sie haben nicht den üblichen Humor gezeugt. Haben Sie zu gut gegessen, oder was ist das? Die Fragen, die gestellt wurden, sind ernsthaft. Es gibt für alles eine Zeit und für alles einen Platz. Also schön, wenn ich hier Clown sein soll und Witze reißen, kann ich machen. Ich möchte noch was sagen. Am 5. November, 5. November gibt es hier einen großen Kampf. Einer meiner großen Sparringpartners lebt hier in Deutschland für eine Zeit. Ray Anderson. Und Ray Anderson wird gegen Rudy Labus kämpfen, den holländischen Meister. Und ich möchte, dass Sie alle hingehen und sich diesen Kampf ansehen. We'll do that, I promise you. Wissen Sie, dass hier jemand ist, der mal gegen Sie gekämpft hat? It's Carl Miltenberger. Carl Miltenberger, where? Carl Miltenberger, wo steckt er? Carl Miltenberger. Wissen Sie was, der sieht immer noch gut aus. Ich möchte sagen, dass von allen denen, gegen die ich gekämpft habe, er immer noch der Bestaussehende war. Das hätte man aber ändern können, oder? Wir wollen jetzt keine Ärger haben. Wir sind jetzt gute Freunde, wir kämpfen nicht mehr, wir sind gute Freunde. Er sieht aus wie ein Filmstar. Hat er viele Mädchen? Ich glaube, das Thema lassen wir besser füllen. Ich wollte mir keinen Ärger machen. Mohamed, thank you very much. Thank you, Karl Mildmeier. Vielen Dank auch dafür, dass Sie gekommen sind. I'll have to go on to something else. I'm sure you two want to talk a little bit about the old times, backseat. Und ich darf mich also nun erstens Ihnen zuwenden, meine Damen und Herren. Und zweitens dem Thema Fußball. Fußball-Länderspiel heute in Düsseldorf, Bundesrepublik Deutschland gegen Griechenland, 1 zu 1. Bevor wir das Spiel ganz und gründlich vergessen, zwei, drei Berichte dazu. Zunächst einmal ein paar Höhepunkte, zusammengefasst und kommentiert von Oskar Wagen. Ludwig, du bist hier in Düsseldorf, Bundesrepublik Deutschland gegen Griechenland. Das war's für heute. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.